es sei dass sie jetzt ein bisschen mehr vertragen ja das kann schon sein auch er schon wieder zumindest hat er keine probleme beim schuhe kaufen es sei es wie viele von unseren Soldaten Sie töten es sei es wie viele wütige Ein-Liners Sie kommen Sie können sogar noch nicht schützen Ihre Lieblings-Frienden wir uns das gleich hier nur Sie und ich Mann zu... Whatever Sie sind Leave der Kind aus Und warum würde ich das tun? Warum in der Welt würde ich das tun, wenn ich nur... Oh, das war übel, ey. Ja, ich schwarzer Humor, ne? Du hast ja wenigstens noch zwei Schuhe an. Oh, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ey. Weißt du eigentlich, wie lange die gebraucht haben an dem Spiel? Also, wie lange die programmiert haben? Ne, ich überhaupt nicht. Ich habe mich auch gar nicht informiert, so. Ja, weil das echt, wie lange das schon geht und so, ne? Und immer wieder irgendwelche Geschichten, das ist schon fett. Ja, das stimmt. Alter, der Unterschied der Ladegeschwindigkeit ist auch krass, ne? Das auf jeden Fall, ja. Okay, ne, M2 ist ja auch nochmal was anderes, Alter. Ja, definitiv. Und man müsste halt auch nochmal testen, ob es wirklich vielleicht auch an dem Netz liegt, also wenn ich hosten würde oder so. Stimmt, ja. Aber ich weiß nicht, ob er von dir irgendwas ziehen muss. Eigentlich nicht, glaube ich. Hm. Ich glaube, das würde nicht viel ausmachen. Das stimmt, ich lade ja quasi auf meinem eigenen Server, ne? Wenn man es so will. Ja, aber ich wahrscheinlich, also ich meine, die Daten kommen ja trotzdem vom eigenen Rechner, glaube ich, die meisten. Ich würde mal interessieren, da steht jetzt klassischer Koop-Modus 2 slash 4. Was das schon wieder bedeutet. Zwei Spieler von vier. Ah, okay. Alles klar, da hätte ich auch mal drauf kommen können. Also vier können maximal. Genau. Deswegen gab es ja, glaube ich, da auch zwei Max, ne vier. Vier so ne komischen Max. Aha, stimmt, ja. Jetzt, wo du es sagst. Oh, ich habe Connection-Timeout gehört. Oh, ich habe es noch mal wieder Connection zu dir. Oh. So, listen carefully. Ich muss sagen, es ist nur einmal. Wir müssen nach dem Kastel. Ich weiß, wir haben viele gute Leute versucht, aber unser Informant hat einen anderen Weg gefunden. Ich will nicht lüge zu dir. Das könnte sein, unsere Finale Mission. Aber ich sage, es wird verraten. Oh, aber ich weiß schon, diese Grenzen. Mhm. Oh, wir gehören zum Widerstand. Das ist ja schön. Ich habe das gehört in einem Film. Du müsstest dann gleich bei mir joinen, ne? Ja, der liegt bei 32 Prozent. Okay, dann warte ich mal kurz auf dich. Obwohl, hier kommen schon die ersten an, die es wissen wollen. Ja, aber dann. Nicht. Nicht. Ich gucke in der Zeit mal ein bisschen rum, ob ich was anderes finde hier. Achso, wir sind sogar mit mehreren Soldaten noch unterwegs. Das ist ja auch nicht schlecht. Nicht bestimmt auch gleich, hoffe ich. Schon wieder so eine epische Musik. Ja. Ich habe epische 75 Prozent bis jetzt. Oh. Oh. Oink, 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 oink. Nicht, dass doch die Connection jetzt rumspinten lassen? Hm. Jetzt passiert irgendwas, oder? Ja. Oh. Ah, da bist du. Oh, da ist er ja. Hallo. So, jetzt kann's losgehen hier. So, wir haben keine. Ja, das finde ich auch nicht gut. Oh, jetzt kann's losgehen. Oh, jetzt kann's losgehen. Oh. So wird also Marmelade gemacht. Oh. 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 Alter. So, something always goes wrong. No! Out of the police! What a lot of people! Yeah. They're not even talking to the coronavirus. Because of the gathering here with 50 people or so. You can run from there! That's pretty good. The sad music, right? Right. Oh! There's an extra object. Let's do it! Yeah. You'll also be dangerous. Dangerous is my middle name. That actually is Herbert, but I had assumed to be removed. Quick! We must stop them before they destroy everything! Oh! Oh! It went well fixed. Hmmm. It's hardcore. There it is! Finally! The sinful Virgin by VanClor! The most underappreciated post-impressionist masterpiece of the 19th century! Wait, the artifacts are painting? Yes, I thought you knew. Ich glaube, das macht Sinn, aber komm mal! Wenn ich eine Waffe bin, oder zumindest etwas, was explodiert... Schau mal, wie schön sie ist! Wie perfekt ist jede Strecke! Sie ist, aber trotzdem ist es ein Bild. Ich kann nichts mit Art. Mein Freund, keine Angst. Für dich, ich habe das. Das ist eine Masterpiece. Und das Bild ist auch okay. Ich bin nicht froh, dass wir es retten. Ich dachte, es war ein alien-Artifakt. Wir wissen. Dafür retten wir auch Gemälde, ne? Ach nee, es ist nicht schuld. Ah, sehr. Da character. Die Schlef stanke. Das ist ein Kurs. Und das sind es schuld. Diese Schlef. Sind sie nicht tut. Das war's für heute. Oh, hier liegt richtig schön was rum. Ja, das stimmt. Die, die alle hinterher rennen. Echt. Wie die Lemminge. Ah, wo geht es jetzt hier weiter? Wir haben es glaube ich noch nicht beendet. Oh, hier ist es. Hier ist ja schon. Ja, ich bin gerade bei dem, bei dem Blauen bei mir wird das immer noch angezeigt. Ja, es kommen immer noch Viecher. Ah, die sind auch durch die Tür gekommen, wo wir lang müssen. Sehr gut. Oh. 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 Oh no! You have lied! How unfortunate! Abgeschlossen, sehr gut.